Ich grüße Sie ganz herzlich im April mit dem Monatsspruch aus dem ersten Petrusbrief. Da heißt es, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die euch erfüllt. Überall werden viele Worte gemacht. Es wird geredet, geredet und geredet. Schalte ich abends den Fernseher ein, dann ist es mir möglich, von Talkshow zu Talkshow zu setten. Jeder und jede gibt seinen Senf zu jedem Thema dazu. Manchmal wäre es angebrachter zu schweigen. Man muss nicht jedem Rede und Antwort stehen oder Rechenschaft ablegen. Geht es dem Verfasser des Petrusbriefes auch darum, viele Worte zu machen? Ich glaube, er gewichtet anders. Es geht ihm nicht um viele Worte, sondern er fordert heraus, nicht zu schweigen von der Hoffnung, die uns erfüllt. Es geht also um mehr als Worte. Der Vers erinnert uns daran, unsere Hoffnung nicht nur im Innersten in unseren Herzen zu tragen, sondern diese auch nach außen zu tragen, in Worten und Taten. Es geht um die Hoffnung auf Gerechtigkeit und Frieden. Und darüber sollen wir Rede und Antwort geben können. Nicht überheblich, aufdringlich, sondern sanftmütig, ehrfürchtig und respektvoll. So ist dieser Vers eine Einladung, sich immer wieder mit dieser Hoffnung zu verbinden und neue Wege zu suchen. Für den Frieden, für die Gerechtigkeit, für die Liebe. Nach Selbstreflexion, nach außen sprach- und handlungsfähig zu werden. Wenn wir innerlich von Hoffnung erfüllt und von Liebe erfüllt sind, dann werden das auch unsere Worte und Taten widerspiegeln. Vielleicht ein Gegenüber für viel Gerede und leere Worthülsen. Das, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Monat April. Machen Sie es gut!